Wir sehen Kinder aus Elsach! Elsach ist vielseitig und handwerklich. Elsach ist künstlerisch. Die Kreisadel heißt Becherer und das Geschäft heißt die Seifentruhe. Das Besondere an unserem Produkt ist ein Naturprodukt. Das sind Pflanzenölseife, die hier in der Region bezüglich zum Schwarzwald haben. Vor allen Dingen auch die Rohstoffe. Wir sind hier in der Handwerkerstädtchen und hier gibt es sehr viele kreative und mittelische. Es sind sehr viele wertvolle Pflanzenöle drin. Das ist Olivenöl, das ist Rapsöl, Kokosfett und ein bisschen Palmfett. Und das wird verseift mit der Laute. Es gab es Olivenöl. Es gab es Olivenöl. bis zum nächsten Mal.